Wer wäre dein Joker bei der Millionenschau? Ui, der muss gescheit sein. Du, glaube ich. Bravo gesagt. Ich glaube, gutes Allgemeinwissen, wenn es so knifflige Fragen gibt über Technik und so, bist du ganz vorne dabei, glaube ich. Hundertprozentig. Würde ich, glaube ich, dir erworben. Wäre jetzt böse gewesen, hättest du was anderes zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Wer hat das hässlichste Tattoo? Überleg dir ganz genau, was du jetzt sagst. Ui. Ich weiß nicht, ich bin kein Tattoo-Fan, muss ich sagen. Also darum, ich mag generell was kommen. Ja, außer gar kein hässliches. Alle sehen gut aus. Ja, für die, die es gemacht haben, schätze ich schon, dass es gut ausschaut. Das könnte ich mir selber stellen. Wer wird nach der Karriere garantiert fett? Ich, du, Muni, Marien. Ja, da gibt es wahrscheinlich einige. Kommt drauf an, wie brav wir gegenseitig auf unsere, auf unsere, ja, wie brav wir alle auf unsere Körper achten. Aber, also ich bin auf jeden Fall ein Kandidat. Wer bringt seine Schmutzwäsche immer noch zu Mama? Ganz lustig, ich selber. Das habe ich mir gedacht. Meine Mama nimmt sie immer von selber schon mit. Also ich muss gar nichts mehr machen. Die fährt rauf zum Spiel und nimmt sie dann mit. Und wenn ich heimkomme, hol sie wieder. Das ist ganz praktisch. Also, ja, ich schätze mal als einziger. Bis zum Spiel.